Will Meinst du wegen Markustruhe, die da noch war? Ja Da war doch noch eine Markustruhe, die kein Schild hatte, oder? Beziehungsweise, wo das Schild abgemacht hat Ja, hier hinten Zuckerrohr, oh mein Gott Ist da richtig viel drin? Äh, 30 Zuckerrohr waren da drin Nice! September Cause music is... Feelings over soon Too many Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier im Absatz TV Und zu einer Folge X-Battle 3 Und mit dabei ist heute der Mars, wie immer Hallo, und wir laufen direkt zum Sporn Und nicht wundern, ich nehme heute mit, ähm, Fwebs auf Deswegen hört ihr auch meine Tastenschläge ein bisschen doller Weil ich da keine Rauschfrequenz drin habe und sowas Weil, äh, mit, ähm, OBS ist da gerade ein kleiner Fehler Unterlaufen und deswegen Also, nicht wundern Deswegen nehme ich gerade mit Shadowplay auf Okay, komm Was ist ein Shadowplay? Kenn ich gar nicht Äh, das ist von... Oh mein, Eisendl ist ja das Schott Oh, ich muss mal... sollte mal... Nicht mit meinem Dia-Schwert hier können Das ist von, äh... GeForce, ein Aufnahmprogramm halt Achso, okay Kann man, äh, wenn du eine GeForce experience... Ja, also gedownloadet Äh, ja, das hab ich mir gedownloadet Da kannst... äh, dann ist doch... Da hat sich X-Litzer wieder mit in... Oh Gott! Oh Gott, wie viel wir mit ihm failt haben Hast du ihn verfailed? Verfailed, okay Okay, ich hab... ich hab ihn geschafft Weil ich ihn block... Ähm, hier hat Lava, okay Alles in Ordnung War hier der Kampf gegen VW-Freak oder was? Ach, keine Ahnung Ja, weil der ist tot und wir wollen versuchen... Marco hat die Kiste angeblich schon gelootet, aber wahrscheinlich hat er irgendwie was vergessen, hoffen wir mal Wenn er nicht die Truhe zerstört hat Wo waren die Truhe? Weißt du das? Äh, ja, die ist direkt an vorn gewesen Oder sind es bei Endermans? Äh, die können wir killen Okay, hier hab ich keine Enderperle bekommen Ach, ich kann dir übrigens noch eine geben, ne? Eine Enderperle Ja, kannst du machen Komm her Wir wollen unbedingt noch Zuckerrohr und so dabei Gut, dass ich bei, ähm... Vorher kann ich halt oben gucken, ob die Aufnahme läuft Ja, ich kann bei Schadeplay und Rechtslaufplay gucken, ob die Aufnahme läuft Oder... Hier wohnt fucking ihr selbst Okay Ich glaub, wir sind da, wo Marco gespawned ist Hier war, glaub ich... Ne, wo war der Kampf gegen Marco und VW-Freak? Der war, äh, hier rechts und da War ein echt spannender Kampf Aber SGT hätte auf jeden Fall besser entkommen können Und VW-Freak, der hatte doch voll der Herzen fast und ist trotzdem nicht draufgegangen Naja, ging nur Der hatte, doch, der hatte fast volle Herzen und ist trotzdem nicht draufgegangen Hätte den wenigsten noch wegstoßen können oder so Wer hat da was gebaut? Hier war mal, hier war mal was für Marco, hier unten Ja, ist schon weg, ist nicht mehr da Ist die Truhe von VW-Freak nicht mehr da? Nein, das war was von... Achso Der ist so weit, der hat noch nicht Egal, Goldrüstung brauchen wir, Alter Goldrüstung, okay, Alter Richtig okay Früher, früher hab ich echt gedacht, dass Goldrüstung besser wär als Eisenrüstung Weil früher, als ich angefangen habe, Minecraft zu spielen, war das so richtig selten zu bekommen, hab ich gedacht Oh Gott, ich hab die einfach geöffnet Ne, VW-Freak ist das weg Oh, schade Hm, naja In den Öfen ist da was drin Da ist noch Kohle drin Ich weiß nicht, was nicht ist Äh Fagi Unogi, wir picken alle hier und no hands, wenn ihr mal wollt Agagagagag, alles klar Danke Warte, ich möchte auch ein paar Schild dahin machen, das lassen wir nicht mit uns bieten Ach, was? Fagi, schaut mal curator Warum, ne lebt ihr noch Ich hab jetzt noch 3 Gib mir? Hey, lebt nicht mehr Aber ich hab jetzt noch 3 Ich hab yield nicht mehr Auf Wiedersehen Laufen wir weg, oder? Ich würde in Nether gehen, oder? Ja, ohne Bücher, super. Ja, achso, wir brauchen ja noch Bücher. Komm mit. Warte. Ich will nicht so viel Zeit verschwenden. Noch einen, dann noch einen. Ich hab mal ein paar unwichtige Sachen, die ich jetzt gerade noch brauche in unsere Tour mal. Ähm, egal. Egal, ich möchte jetzt auch nicht so viel Zeit. Wo bist du? Ich bin mal in unsere Tour. Ja, wo waren wir unsere Tour? Da hat auch noch ein Schild. Äh, wir gehen in Nether, dann braucht man das. Das brauchen wir. Also, haben wir denn noch Bücher oder Federn oder sowas? Bücher wäre echt noch gut, wenn wir welche hätten. Ach da. Ich habe ein Buch und... Ist da hinten unsere... Truhe? Ich hätte jetzt mal auch hinten ohne Scherz. Wo bist du? Okay, wir gehen jetzt in die andere Richtung. Also, gehen wir doch nicht in den Nether. Nee, weil wir keine, äh, nicht genug Bücher haben. Ach so, wir haben nicht genug Bücher. Okay, trotzdem frage ich mich unsere Tour. Nochmal, wir gehen ganz kurz in Nether, okay? Wir gehen ganz kurz in Nether. Warum denn ganz kurz? Weil ich was gucken will. Meinst du wegen Markus-Truhe, die da noch war? Ja. Da war doch noch eine Markus-Truhe, die kein Schild hatte, oder? Beziehungsweise, wo er das Schild abgemacht hat. Ja, hier hinten. Zuckerrohr, oh mein Gott. Ist da richtig viel drin? Äh, 30 Zuckerrohr waren da drin. Danke, Marco, ne? Danke. Können wir dann doch in Nether? Ja, würde ich sagen, dann machen wir ein paar Bücher und dann geben wir ein bisschen in den Nether. Was ist denn? Was ist denn? Oh Gott, ein Gast. Da drüben sind Öfen, die öffnen ich jetzt nicht. Nein, nein. Warte, ich möchte den Linkstücken. Wow! Nein. Ich möchte jetzt nicht mal eine Pfeile verschießen. Mein Gott, ich bin so dumm zum Treffen. Boah, hier wird... Geht der nicht komplett down? Oh. Ich habe jetzt schon viel zu viele Pfeile verschossen. Komm, überrenne jetzt einfach... Oh, da drüben ist die Nether-Ressung. Ja, ich weiß, die war schon gelootet. Was? Oh, hier ist die, was? Komm, überrennen wir jetzt hier einfach weg. Ein bisschen der Waffe. Vielleicht sind da noch ein paar Dings. Netherwarzen brauchen wir nämlich auch noch. Oh, da sind Wizzerskelette, die möchte ich jetzt eigentlich nicht begegnen. Nicht so Gomme machen, denn Gomme in Varro 1. Äh, Kessel sollten wir uns machen, oder? Ja, ich habe zum alten Waffe. Das können wir dann ganz schnell machen. Dann, wenn wir schon brennen, ist es zu spät. So, äh... Wo bist du, oder? Oben. Ich gebe dir vier Bücher. Ja, hier ist nochmal. Da, da nehmen die vier Bücher mal. Ja, nehme ich gleich. Out of Level. Und übrigens, das haben Leute in meinen Kommentar geschrieben, ähm, ob es eine Blutrauschregel gibt, beziehungsweise ob wir davon betroffen wären. Und ich kann nur sagen, dass wir davon nicht betroffen sind, beziehungsweise es gibt auch keine Blutrauschregel, ähm, weil wir nicht alles von Varro abmachen und, ja, dass es einfach besser ist, dass es keine gibt, haben wir dazu dann entschlossen. Und, jo. Denk dran, Wasser fließt, äh, Lava fließt hier so schnell wie Wasser in der normalen Welt. Ich wollte. Ich wollte. Du weißt. Ich wollte. Scharpen ist zwei, Scharpen ist drei, Scharpen ist eins. Hast du noch ein Scharpen ist eins Buch? Ich habe kein Scharpen ist eins Buch mehr. Gib mir mal ein paar Bücher gleich. Hier oben, ich bin hier oben. Ich bin schon mitgelaufen. Ich habe das alles alles gebaut und bin hier oben. Ach so, ja gut, okay. Gib mir ein paar Bücher, oder hast du die? Die liegen da, die liegen da. Wo? Ach da, okay, gut. Wie viele sind da? Oh. Jetzt hast du die auch genommen. Okay. Nein, ich zeige das mal. So, drei Bücher, okay. Gucke ich mal, was ich draufbekomme. Scharpen ist drauf und Schutz brauchen wir. Ne? Hm, ich habe nicht mehr Schutz. Wenn wir eins von beiden bekommen, werden das schon... Äh, den Verzauberungsdisch hast du gar nicht. Ich dachte, den hätte ich noch stehen. Den habe ich hier. Okay. Oh, aufpassen. Hey, was? Wann habe ich jetzt? Ja. Aber wir müssen eh nach da unten. Soll ich nach da unten mitkommen? Ja, komm mit. Das macht halt die Rüstung ein bisschen kaputt. Alles gut. Äh, oh, ey. So. Alter Schwede, zauert der mir einfach für Level. Ne, Efficiency brauche ich jetzt nicht. Oh, ich weiß nicht, was ich verzaubern soll. Dann anschließend einfach irgendwas. Kannst du mal eben gucken, ob du vielleicht Firespec bekommst? Ja, guck. Gib. Ja, aber Firespec bekommt man eh nur, wenn man, ähm, bis auf Level 20 geht das, glaube ich. Oder geht das? Nein, das bekommt man auch so. Echt? Ja. Bane of Arthrobs würde ich bekommen. Ist das vielleicht... Das würde ich aber nicht. So, ähm... Ich kann Eisenschwert craften, weil wenn wir ein Eisenschwert auch Firespec bekommen, können wir den ja erst anzünden und dann draufklatschen, oder? Wenn du so kämpfst, ist das relativ schlauert. Ja, aber wenn ich's bekommen würde, wäre doch auch stark, oder? Ja, stark. Aber wäre schon stark. Ich muss eh ein Level verzaubern. Nee, könnte ich nur Schaffnis bekommen. So, nein. Äh, nehmen die mal bitte mit, wenn du weggehst. Ja. Protection 1. Und noch ein Buch. Liste Folge gehen wir auf jeden Fall dann. Soll ich die Sachen mitnehmen? Noch 5 Minuten. Kannst du machen. Ich würde die da jetzt stehen lassen, erstmal. So? Nein, krass. Ja, ja, das lassen wir den Gegnern über, okay? Genau. Das ist ein guter Plan. Genau, finde ich auch gerecht. Die Gegner sollten auch mal was haben, ne? Richtig. Doch, das sehe ich genauso. Sehe ich das. Hauptsache, dass das dann 8 Golder-Premium, wenn es halt falls was passiert. Ja, nicht so wie ihr Weif, der da nichts macht. Haha. Oh, da möchte ich eigentlich nicht runter, da wo du unten bist. Da möchte ich jetzt nicht nach unten. Erstmal von dieser Seite. Ich war runtergesprungen, aber unten. Ja, aber nicht von meiner Seite, da wo ich war. Doch, da wo du lang gelaufen bist, da bin ich an der Seite lang runtergegangen und dann bin ich hier von runtergesprungen. Echt? Ich bin nicht rufgegangen. Oh, du richtig getrufgegangen. Äh, da möchte ich aber jetzt auch nicht runter. Wir haben noch 5 Minuten. Und was mache ich hier eigentlich gerade? Ja, da bin ich auch unterwegs, da wo der Kopfschmerzen ist. Hier, wo ich mich schon. Wir haben zwar nur noch 3 Minuten, aber ich habe ja auch gerne. So, kann ich schaffe ich das? Ja, das überlebt du. Ähm, ja, Hälfteherzen verloren. Echt? Ja. Dann mache ich gerade 2 schon was aus, oder? Ja, ja. Stell mal bitte einen Charter und einfach die auf. Oh. Den Charter bekommen. Kein Firestack, Buch bekommen, ich schade nicht. Digga, das ist so traurig, dass ich den vor jedes Blut bekomme. Das ist echt traurig. Ja, echt traurig. Lava, Lava, Lava. Okay, ich bin tot. Er ist ein Goldabschluss. Ich habe den gerade nicht in meiner Leiste. Oh Gott. Ich habe kein Holz mit mir. Alter, alles gut. Alter. Ich habe kein Holz mit mir. Ich kann mir also nicht helfen. Nein, nein, alles gut. Sterbe ich? Ich esse mal vorsichtig bei solchen Goldabschluss. Nee, ich esse noch keinen. Wie viele hast du die Pferde? Äh, 3. Überlebe ich, oder? Mach bei 1,5. 2, 2,5. Ja, okay, 2,5. Mach bei 1,5. Okay. Hast du noch einen Schaden mit 1 Buch? Ich habe, bitte? Hast du noch einen Schaden mit 1 Buch? Äh, nee, ich habe nur ein Protection 1 Buch. Das ich möchte, wollte aber erstmal meine Rüstung jetzt voll auf Port machen, weil ich könnte jetzt die Boosts könnte ich noch auf Port machen. Äh. Die mache ich dann auch gleich. Okay, ich muss jetzt hier ein bisschen Abstand halten, weil ich habe nicht mehr so viele. Leben, wenn nochmal so eine Welle dann muss ich Goldapfel essen. Am Boss hast du abgebaut? Der ist kaputt. Oh, fuck. Ich habe aber 5 Eisenblöcke mit. Äh, ich brauche nur Holz. Hast du Holz? Ja, ich habe mehr als Holz, weil wir haben ja gefarmt. Ich habe mehr als Holz, alles klar. Ich habe mehr als genug Holz. Ich habe mehr als Holz, Alter. Hier, ein Stack für dich, Alter. Alter. Dann stellen wir aber noch nicht auf den Amboss, weil wir werden jetzt eh gleich gekickt. Ich kann mir mal ein 32-Berfling-Band-Stromer. Ich habe mir mal ein 32-Band-Stromer. Wie Leute. Äh, mindestens so, damit geht das eigentlich nicht rein. Also in Nether ist auf jeden Fall wegen X-Battle 2 sehr gefährlich. Was steht denn von in Nether? Ich habe zu mal. Was war denn ich eigentlich als Abbau? Was ist passiert? Nichts. Ich kann nur schaden. Ja, gut. Äh, wir werden jetzt nicht aufgenommen. Ja, ich war noch hier einmal nicht. Ich habe nicht aufgenommen. Ich habe nicht aufgenommen. Nein, nein, nein. Ja, das konnte jetzt echt sein, dass die Aufnahme irgendwie beschädigt gewesen war. Ich habe nicht so eine gute Audio-Merkung. Dann hätte ich nämlich mal ein Inventar gekleert worden sein. Naja, ich prüff. Ja, Leute, sorry wegen dieser stressigen Folge, aber ich habe gerade echt kurz gedacht, dass ich sterbe, weil ich echt so lange in Lava geschwommen bin. Auf jeden Fall ist unsere Rüstung. Auf jeden Fall hätte ich eine Eisenrüstung oder Port 1, wäre ich bestimmt tot gewesen. Beziehungsweise hätte ich Goldapfel halt essen müssen. Naja. Naja. Äh, willst du aber auch mal hören? Ja, ja, mache ich die Abmoderation. Dann nicht so vergesst du dran. Ähm, wenn es euch gefallen, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und falls ihr bei mir schaut, schaut auf jeden Fall mal bei dem lieben guten Mars vorbei. Ja, bei mir schaut natürlich beim Atlet. Ja, auch klaro. Ähm, und, yo, schaut in der nächsten Folge wieder ein. Morgen, Punkt, 16 Uhr. Bei mir. Ich weiß nicht, wann es bei dir kommt. Bei mir ist es random einfach. Bei dir ist es random. Massisch. Und, yo, jetzt, da wo wir runter sind, nehmen natürlich die nächsten auf. Okay. Ja. Ja, ey, dann lassen wir uns mal. Ja, wir, äh, machen nämlich jetzt, nämlich nämlich direkt noch einen Anschluss auf eine Folge. Äh, dann bis zum nächsten Mal. Haust rein. Und ciao, Leute. Ciao, ciao. Ciao.